Ein hübsches Mädchen will im Bubble Tea Store etwas kaufen, aber peinliche Situationen kommen immer mal wieder vor. Hallo, ein Bubble Tea bitte. Ja, bitteschön. Danke. Strohhalme sind dann reich. Sie hat euch beim Arschkratzen erwischt. Und was tut ihr jetzt? Hier meine Tipps. Du bist Tänzer? Wow. Tipp Nummer 2. Hier hast du 10 Euro. Wow, du bist Zauberer? Tipp Nummer 3. Ist das ein Fotoshooting? Und wer kommt das zu Instagram-Modeln? Das waren meine besten Tipps. Danke, hinterlass dein...